Liebe Kessi, wir haben uns hier wieder verabredet zur selben blauen Stunde, zur selben abendlichen Stunde um 6 Uhr abends. Es freut mich sehr. Erstmal herzlich willkommen, Kessi. Ja, guten Abend. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich muss lachen, weil ich mache mir immer andere. Also letztes Mal war Kessi, die das Gras wachsen hört. Jetzt bei dieser Eule ja fällt mir der Kesse-Blick ein. Der Kesse-Blick. Ja, also sehr schön, die Eule. Magst du dazu was sagen, zu deiner Eule? Naja, meine Eule ist ja ohnehin mein Krafttier und das Bild ist einfach für mich auch irgendwo der Kessi-Blick, wenn du so willst. Weil ich bin auf einer Position und schaue aus meiner Position heraus und habe dadurch auch nur ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, begrenztes Blickfeld und kann natürlich auch nur davon ausgehen. Ja, ich fand das sehr niedlich. Sehr. Übrigens, irgendjemand hat das missverstanden letztes Mal. Ich hatte gesagt, dass du dich hier nicht zeigen willst, weil du kleine Kinder hast. Und irgendjemand hat anscheinend verstanden, weil du keine Kinder hast. Gut, also du hast ein oder zwei, ich weiß nicht, kleine Kinder. Ich habe Sprösslinge, jawohl. Genau, also das ist der Grund und das verstehe ich auch. So, jetzt haben wir das auch geklärt. So, unser Thema heute, Kessi, knüpft ja ein bisschen an, also das Thema, so ist das bei mir, das Thema ist im Feld. Dann wird das auch meistens in mehreren Sendungen hintereinander thematisiert und bearbeitet. Ich hatte das bereits heute im Blick, hatte ich einiges angesprochen. Du hast auch Zeit gefunden, den zu hören vorher. Das finde ich erstaunlich. Ich auch. Und wir wollen heute, ja, wir wollen da tiefer reingehen in die Frage der weggesperrten Weiblichkeit, der Weiblichkeit, die unten in einer Felsspalte in den Hades auch gesperrt wurde, womit wir ja bei Persephone wären oder Demeter, wie ihr das jetzt immer wollt. Gut, da gehen wir eh noch kurz auf ein. Kurzum und auch natürlich die Arbeit der Schattenpriesterin, das wäre dann Lilith oder so. Wir haben also einiges und für die Männer, die jetzt meinen, oh, da kann ich, da schalte ich jetzt aus. Ich denke, gerade für Männer ist das sehr, sehr wichtig, weil ein ganzer Mensch und ich wage jetzt einfach mal, mich als ganzen Menschen zu bezeichnen, der hat das Weibliche und das Männliche integriert und lebt beides und dann lebt es sich gut. So, Cassi, magst du dazu was sagen zu unseren Themenankündigungen? Das finde ich sehr schön, dass du das ansprichst. Wer beide Seiten in sich zulässt, der lebt in sich gut. Damit wollte ich eigentlich gar nicht anfangen, aber jetzt hast du einmal so schön die Vorlage gegeben. Jedem ist ja das Prinzip von Yin und Yang bekannt, das Weibliche und das Männliche. Und es heißt ja auch, wenn zwischen beiden Kräften die Balance herrscht, dann bleiben wir gesund, entsteht ein Ungleichgewicht, werden wir krank. Ja, also man darf jede Seite in sich selbst auch akzeptieren. Ja, wo wolle man anfangen? Am Anfang? Am Anfang, ja, wo war der Anfang? Also mir hat heute jemand drunter geschrieben, dass sie Tränen in den Augen hatte bei den ersten zwei Minuten meines Videos, meines Blicks, was mir zeigt, es hat weniger damit zu tun. Meine Ausführungen waren ja erst am Anfang, sondern ich denke, was da passiert ist, dass das Thema etwas angestoßen hat in ihr. Eine Art seelischer Urgrund, der hier berührt wurde. Und wir kennen das alle, dass durch ein Wort oder ein Thema das ganze Ausmaß sich sozusagen ganzheitlich ausbreitet. Und ich habe ihr geantwortet, ja, weil das berührt wurde, was so tief begraben liegt. Und ich denke, das Wort begraben, da unten ist ein Grab, ja. Ich meine, wir hatten das mit den Rheinwesenlagern in Bezug auf die Männlichkeit, die ermordet wurde, die da unten begraben liegt. Und heute wollen wir uns mit dem Thema der begrabenen Weiblichkeit, die da unten im Grab liegt, im Hades, damit wollen wir uns beschäftigen. Das Wort beschäftigen mag ich eigentlich gar nicht. Das klingt wie Beschäftigungstherapie. Austauschen? Ja, genau, austauschen. Ja, was meinst du, wollen wir mit der Persephone beginnen? Ist das vielleicht ein guter Einstieg? Was meinst du? Und uns dann ins Gesellschaftliche hinausbegeben? Oder willst du lieber umgekehrt? Na, fangen wir gerne bei Persephone an. Du hast jetzt den Hades schon mehrfach erwähnt. Von daher, also du hast auch Demeter schon erwähnt. Also meines Wissens nach ist Demeter die Mutter von Persephone gewesen. Und die war ja auch diejenige, die dann alles auf der Welt zu Eis erstarren ließ oder sozusagen das nichts mehr blühen konnte, weil sie so in Trauer über den Verlust ihrer Tochter war. Und wenn ich die Geschichte richtig in Erinnerung habe, ging es dann darum, dass sich, ach wie heißt er denn da unten im Hades? Der Pluto, aber der hatte auch zwei Namen. Aber übrigens Ceres, also die Tochter, wir haben ja immer römisch und griechisch. Ja. Die Tochter heißt Ceres oder Persephone. Das stimmt, oder? Also ich bin jetzt mehr so mit der griechischen Mythologie bewandert tatsächlich. Was heißt bewandert? Nein, Ceres ist die Mutter. Entschuldigung, dann ist Ceres die Demeter. Dann ist das wahrscheinlich so. Also wisst ihr, es geht jetzt um keine Spezialsendung über griechische Mythologie, weil jetzt werden sich schon wieder aufregen. Aber das ist ja nur alles Anregung. Also Demeter ist Ceres und Persephone müsste auch einen anderen Namen haben. Aber ich kriege ihn gleich raus. Rede du mal weiter. Pluto wäre der eine und der hat sich auch... Im Römischen ist es die Proserpina. Ah, Proserpina. Entschuldigung. Oder Proserpina, ja. Ich wollte dich jetzt nicht korrigieren, nur weil ich unter Proserpina habe ich eine Assoziation mit irgendeiner Opa. Deswegen, ja, Proserpina, genau. Für mich steckt da Seraphina drin. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass sie auch ab und zu Chore genannt wird. Und Chore erinnert mich an den Chor, an den Kern. Auch Cern natürlich, aber das haben sie wahrscheinlich umgemodelt, ne? Ja, wie so vieles. Die Frage ist, was zuerst da war. Na, auf jeden Fall wurde sie ja entführt in den Hades. Und daraufhin hat Demeter alles an Pflanzen und so weiter eingefroren, aufgrund der Trauer. Und dem Mythos nach durfte sie dann wieder an die Oberfläche, sofern sie noch nichts während ihres Aufenthaltes im Hades gegessen hatte. Und dann musste sie aber, ich glaube, es waren Granatäpfel, zugeben, dass sie doch vier Granatapfelkerne verspeist hatte, heimlich, während ihres Aufenthaltes. Und aufgrund dieser vier Granatapfelkerne haben wir heutzutage die Jahreszeit des Winters. Weil das ist die Zeit, in der sie dann in den Hades hinuntersteigt und die Gemahlin sein soll und ja, den Rest ihrer Zeit auf sie hoch. Also so habe ich es in Erinnerung, ganz, ganz grob. Genau, wir haben sechs Monate dann unten und sechs Monate oben, so ein komischer Kompromiss. Und ich meine, Pluto hieß auch Hades. Also Hades ist gleichzeitig der Ort, aber auch der Typ, wollte ich schon sagen. Ja, der Typ, genau. Ich meine, das ist es ja eben. Also wenn man wirklich mal an den Anfang geht, wo die Menschen noch sehr im Einklang mit der Natur verbunden waren oder sich an die Natur anpassen mussten, auch um zu überleben, wo sie wirklich noch den Jahreszeitenwechsel so im Blick haben mussten, um ihre Ernten danach zu richten, etc. Da hat man sich auch mittels solcher Symbole oder mystischer Geschichten unterhalten, einfach um das für die Köpfe bildlicher zu machen. Und dann gab es eben Götter und Göttinnen. Aber dabei gab es noch Göttinnen und Götter. Und das waren noch gleichgestellte Wesen. Das wollte ich auch schon mal ansprechen. Die waren einander ebenwürdig. Und die große Göttin wurde als die Natur verehrt, die alles erzeugt und erschaffen hat. Und die Natur ist ja auch weiblich. Genau. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass es eine Jungfrau war und sie spielt ganz unschuldig in der Blumenwiese. Das heißt, es geht hier auch um eine kindliche Unschuld. Und wir hatten das ja auch öfter thematisiert, dass es immer gerade eben die sehr beseelte Weiblichkeit ist, die unschuldige Weiblichkeit, die beseelte Weiblichkeit, die hier geraubt wurde. Und übrigens Raub, das lässt mich daran denken, also es gibt auch noch die Raptusgruppe in der Kunstgeschichte. Da wird, was weiß ich, der Raub der Sabinerinnen oder so. Da geht es auch immer um Jungfrauen, um geraubte Jungfrauen. Also das Thema finden wir auch an anderer Stelle. Hades ist der Gott der Unterwelt, er ist der Bruder des Zeus und er verliebt sich in Chore. Also Hades gehört zu Chore und der Pluto gehört zu der Persiphonie. Aha. Genau, aber es geht immer um die Unterwelt. Und dann gibt es noch die Sirenen, die da auch noch eine Rolle spielen. Das fand ich auch noch ganz spannend, weil, Moment, wo habe ich das? Ich meine, ich kann mich zwar vage erinnern, aber irgendwie habe ich ja hier auch irgendwo einen Text abgespeichert, weil die Sirenen kennen wir doch von Odysseus. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Also grob sind Sirenen für mich diejenigen, die singen und damit die Seefahrer in die Irre leiten. Genau, du sagst es, genau. Und die verwandeln sich in Sirenen, was ja auch, ich brauche es jetzt nicht näher, ich finde es jetzt gerade nicht, es ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass viele Dinge, also auch mit dem, dass die Natur eben sechs Monate lang schläft und unter der Erde nicht sichtbar ist. Also das hat ja auch mit der Unterwelt zu tun. Und ja, natürlich, es ist eine Art Archetyp für ein Geschehen, dass die Unschuld geraubt wird, die Weiblichkeit geraubt wird und dann unten im Hades eben da dann ja weggesperrt ist. Und das, ja die Gefährdinnen der Prosepina werden in Sirenen verwandelt. Genau, so viel dazu. Und übrigens, Eskalafus wird in eine Eule verwandelt. Hahaha, aber jetzt, wir wollen nicht auf die ganzen Nebengeschichten eingehen. Es geht ja vielmehr darum, was bedeutet das in Bezug auf die Weiblichkeit. Denn ich meine, die Seele ist weiblich. Und wer sich jetzt fragt als Mann, ja was habe ich denn hier verloren mit den beiden Weibern? Im besten Sinne des Wortes mit den beiden Weibern. Naja, vielmehr, weil wie kann die Menschheit ganz sein, wie kann der Mensch existieren ohne die Seele? Wir reden hier, im Grunde genommen, Cassie, ist das ja, das kommt sowohl in der Bibel vor, also Jesus hat auch gesprochen von denen, die seelenlos sind. Es ist hier die Rede quasi, wenn das im Untergrund auch Armin Risi, wenn er vom Dualismus spricht, dann spricht er davon, dass es hier quasi, der Dualismus ist, dass du das immer mehr spaltest, spaltest, spaltest und abgespalten ist unten im Hades, wo keine, also er, der Pluto, muss ja sie rauben, weil er keinen Zugang zur Seele hat, weil ihm das verwehrt ist, weil er das gar nicht kennt, weil er das stattdessen in ihr sich versucht, wie ein Vampir einzufordnen. Ja, wie so ein Energiesauger. Genau, du sagst es, genau. Ja, also bei Ovid kann man das Ganze bei einem Metamorphosen natürlich nachlesen. Denn uns geht es jetzt hier nicht darum, dass wir das jetzt in aller, aller Deutlichkeit hier jetzt und in aller Tiefe ausführen. Das soll gar nicht der Punkt sein, sondern wir wollen jetzt übergehen zum Thema, was hat jetzt bitteschön die gute Persephone mit uns zu tun? Magst du irgendwie einfach nur assoziieren, oder? Ja, da bin ich tatsächlich auf deine Antwort gespannt, weil Persephone war ja deine Eingebung. Ja, also ich hatte ja dieses Bild von der kosmischen Spalte, ich bin ja sehr in der Astrologie im Moment wieder drinnen durch meine Beratungen, und die kosmische Spalte ist das Alpha und das Omega, das ist zwischen Fisch und Widder, also zwischen dem Ende und dem Anfang. Für die, die jetzt mit Astrologie nichts anfangen können, das ist das, was wir im Zwischeneinatmen und Ausatmen erleben. Also im Raum, im Nichts, im All-Eins und gleichzeitig Nichts, im schwarzen Loch, in der Nullpunkt-Energie oder Nullfrequenz, oder wie heißt das an der Quantenphysik? Ja, da habe ich mal eine Sendung mit Falko gemacht über Quantenphysik, wo es der sogenannte Äther war. Genau. Es hat viele Namen, da baut es immer wieder bei den Worten, wie du es auch mit dem Hartmut so schön besprochen hast. Genau, wobei Äther ist ja alles, alles, was es uns umgibt, und hier ist das so, also ich habe im heutigen Blick, habe ich ja nicht umsonst davon gesprochen, dass die Seele in die Felsspalte hinunter, quasi in eine Art Grab, in ein Felsen hinunter, Saturn, das ist jetzt, ich habe von der gesteinigten Frau gesprochen und von der Ver-, Entschuldigung, nicht Frau, ich muss exakt sein, von der versteinigten Seelen, von dem versteinigten Seelenanteil, ja, auch die Gefühle natürlich, die versteinigt sind, wir könnten auch über Psyche reden, aber Psyche, lass uns über Psyche nachher reden, lass uns erst über die Seele reden, über das Weibliche, das ist die Seele, und das ist da hinunter, in diesem Felsspalt, und ich hatte heute darüber berichtet, dass ich gesagt habe, da wurde Beton drauf gegossen, einbetoniert, ja, also ein Grab, ein Grab, wo, und dann hört man, und das, ich überlege gerade, könnten das auch Sirenen sein, weil was hört man, wie heißt es denn, dass man unten aus der Erde und auch aus den Gräbern und auch aus dem Beton, das Blut, wenn du meine Sendung von früher gesehen hast, wo ich über Zement bei den Römern rede und wie die Blut beigemengt haben, und dann haben ja manche gesagt, man hört sie, die Toten oder die Untoten, wie sie weinen, also Sirenen, und ich denke an den Begriff Seelenqual, Seelenschmerz, und wenn das zu lange unten begraben wird, irgendwann einmal geht es nicht mehr, da hat sich so viel aufgestaut, da kommt dann das als, ja, als ein Momentum, in dem wir jetzt sind, kollektiv gesehen, es lässt sich nicht mehr unten halten, das kommt jetzt raus. Ja. Ja, da krabbelt es mir tatsächlich, also da kriege ich Gänsehaut, wenn du das erzählst, so, ja, ich denke da auch an die Betonung, wie man etwas betont, worauf man seinen Wert legt, wie man etwas, wie man etwas, ja, betont, also wie man eben das Wort erschwert, also dass man noch mehr Kraft, noch mehr Stärke drauf legt. sozusagen, also, ja, es ist schon spannend, wenn man die Worte auseinander nimmt. Ja, und auch Töne, also Töne, es geht um Töne. Der Ton macht ja auch die Musik. und auch die Stimmen, die man nicht wollte, und jetzt bin ich tatsächlich in unserer Gesellschaft, da wird die weibliche Stimme, und ich bin jetzt wirklich, also ich bin, ich glaube, jeder weiß, dass ich keine Emanze bin, also ich habe, ich lege keinen Wert darauf, also, aber jetzt ist es einfach Thema, und wenn es Thema ist, dann muss es raus. das Weibliche wurde zum Verstummeln gebracht, es wurde alles zu, alles zu, das verklebt, verklebt, da wären wir im Schokoteig. Ja, ja. Und deswegen sind wir wahrscheinlich im Schokoteig, weil die weibliche Stimme nicht, oder die Seelenstimme, es geht, hier geht es noch darum, dass wir zwischen Psyche und Seele hier unterscheiden, weil da, das ist, denke ich, noch wichtig. Ja. Jetzt weiß ich nicht, warte mal, ich habe irgendwo, habe ich ein, auch zur Psyche, habe ich auch irgendwo was notiert, weil das ist schon ganz spannend, die Psyche, also ich denke mal, die Psyche ist etwas anderes, als die Psychologie, das ist zum Beispiel auch wichtig. Cassie, magst du was zur Psyche sagen, oder soll ich, also ich sehe es jetzt keine Abfragen, also ich tue dich nicht, es sind keine Fangfragen, weil ich, du musst dich nicht mit allem auseinandersetzen, was mir jetzt gerade so kommt. Naja, also im Moment höre ich dir einfach nur zu, wo deine Gedanken hinspringen, weil du eben noch sagtest, du möchtest über die seelische Ebene. Ja, ich denke, also die Psyche, mit der Psyche bezeichnen wir, den Hauch, den Atem. Das heißt also, das was du gerade jetzt, du hast gerade vom Äther gesprochen, dass du mit dem Falko etwas gemacht hast über den Äther. Ich denke, da sind wir jetzt beim Atmen. Und dieser berühmte Satz, den sie ja gekapert haben, I can't breathe, ich kann nicht atmen, der gehört zur Seele, der gehört nicht zum Deep State und sie haben ihn für sich gekapert. Und so gesehen ist der Atem die Gesamtheit des menschlichen Fühlens, Empfindens und Denkens. Und was haben sie gemacht mit der Psychologie? Da wären wir wieder bei den Logien, aber die Logien haben sie gekapert. Cassie, merkst du was? Bei der rationalen Logik. Genau, sie haben die Logien gekapert, weil Psychologie, alles, wo du Logie hast, ist eine Ideologie. Das heißt, in ihrem Sinne, sie haben also Psyche, ich denke, da sind wir jetzt eher beim Raub, gekapert. Weißt du, die eine wurde nach unten ins Grab, in den Hades und die andere wurde geraubt. Die Psyche, denke ich, wurde geraubt. Und in einem Framing, da haben wir ein Framing, du tust das in einem anderen Rahmen, auf einmal ist es die Psychologie. Wir studieren jetzt. Ja, wir studieren. Damit alles rational erklärt werden kann. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Cassie, wir kommen dem, wir kommen dem auf die Spur, wie die Detektive. Merkst du es? Schichten werden wieder freigelegt. Wenn da unten, wie bei einem Erdbeben, das Haus bricht ein und da unten ist jemand verschüttet und dann hörst du die Stimmen. Und was wir jetzt machen ist, wir legen die Stimmen, die Schichten wieder frei beziehungsweise die gekaperte Weiblichkeit, die geraubte Weiblichkeit befreien wir. Das ist, was wir jetzt einfach mal, das wollen wir doch einfach jetzt hier mal ganz, ganz bescheiden in dieser Sendung uns auf die Fahnen schreiben. Was sagst du dazu? Sehr gerne. Ich bin selbst gespannt, wie das dann aussieht am Ende. Ich bin auch immer wieder selber überrascht. Genau. Ah, ich habe mir ja einiges notiert. Ah, das Wort. Ich werde auch sehr, es verändert sich. Mittlerweile bin ich in Kontakt mit denen, die hier hinhören. Sehr schön. Jemand hat mir geschrieben, Herzerbarmen, ein altes deutsches Wort für Nächstenliebe. Die Liebe in ihrer reinsten und ehrlichsten Form. Herzerbarmen. Und ich denke, wir sind jetzt in einer Zeit, wo es genau darum geht, dass wir Herzerbarmen wieder bekommen, dass wir uns wieder daran erinnern und Zugang zu diesen verschütteten Schichten bekommen. Erbarmen. Da klingelt bei mir mehr so die Assoziation zur Gnade. Braveheart, denke ich auch. Und die Gnade oder Gnade kann ja also meiner Interpretation nach nur zuteil werden, wenn man Liebe empfindet. Ja, Einsicht und Liebe oder ist das dasselbe? Einsicht? Die Gnade wird einem auch zuteil, wenn man einsichtig ist. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Standpunkt wir das jetzt betrachten wollen. Also ich rede natürlich jetzt von der Liebe, die man für jegliche Menschen empfindet, den man irgendwo sympathisch gesonnen ist oder wohlgesonnen. Also man soll ja irgendwo, jeden lieben heißt es immer, in gewissen Kreisen spirituell. Man stößt da an seine Grenzen, das habe ich auch gemerkt. Also dieses Bedingungslos ist manchmal schwierig umzusetzen. Muss es vielleicht aber auch gar nicht, weil seit ich gelernt habe, dass auch Gott zornig sein darf, warum soll es nicht auch ich sein dürfen? Egal. Ich denke, dass das sowieso verwechselt wird. Ich glaube, ich gar nicht. Cassie, ich glaube, da wird was verwechselt. Also ich kann dir sagen, ich wurde nicht oft zornig mit meinen Kindern. Wütend, wütend, komisch. Warum? Da ist eine Unterscheidung. Ich wurde nicht oft wütend. Aber einmal hat mir meine Tochter erzählt, das hat sie in Erinnerung, da hat sie gesagt, Mama, du bist so selten wütend gewesen. Aber da, da warst du wütend. Und boah, du hast mir damit so viel aufgezeigt. Und glaube mir, das war in Liebe. Ich bin jetzt nicht so perfide. Es gibt natürlich welche, die schlagen ihre Kinder und sagen, oh, das ist nur in Liebe. Nein, also das meine ich damit nicht. Das dürfen wir differenzieren, das stimmt. Genau. Ich meine damit Wahrhaftigkeit. Ja, das ist dann eben so auch dieser, ja, wenn wir jetzt von der Sintflut ausgehen, wo Gott dann eben auch hier einen Dudufinger gezeigt hat, wenn man so will, es kann schon helfen. Und ich sage mal, wenn die Gewitterwolken sich am Himmel sammeln und dann gibt es einen lauten Krach und Knall, danach ist das Wetter meistens wieder richtig schön und friedlich. Das ist dann wirklich eine reinigende Wirkung, heilende Wirkung. Genau. Weißt du, welches Wort mir jetzt übrigens einfällt? Abkapseln. Weil ich denke, der springende Punkt ist, okay, die Psyche wurde geraubt und wurde gekapert. Und die Seele wurde in den Hades gesperrt. Und wenn man jetzt die sechs Monate aufzieht, dann kann man das auch auf das Kali-Yoga oder so, also man kann auch sagen, okay, wir sind jetzt einfach seit Jahrtausenden, sind wir im Hades, sind wir im Dunkeln, so weit, dass wir denken, das ist ja völlig normal. Kriege sind normal, Vergewaltigung ist normal, das ist alles völlig normal. Ja, ja, klar. Und dann hat uns ja auch noch Darwin und der ganze... Das gehört ja dazu, der Mensch ist das Menschenwolf. Du sagst es. Und ich denke, der Punkt ist, dass das abgekapselt wurde. Versiegelt. Wir reden wieder von Versiegelung, wir reden wieder von Zement. Merkst du was? Einzementieren. Ja, ja. Du tust es runter ins Grab und nicht umsonst werden ja die Gräber alle, die werden doch auch einzementiert. Also irgendwie seltsam, oder? Und zugeschüttet auf jeden Fall, ja. Es gibt sogar Länder, wo das, glaube ich, wo die das machen, dass die da Zement wegen den Mikroben oder keine Ahnung. Na gut, Ägypten ja auch, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Da wollen wir gar nicht hin. Aber abgekapselt. Versiegeln, einkapseln. Und dieses Abgekapselte, das funktioniert jetzt nicht mehr. Es ist jetzt an der Zeit, und zwar, da reden wir auch von der Geomantie, das reden wir natürlich heute nicht, das ist jetzt nicht unser Thema, aber mir hat vor kurzem jemand erzählt, so wie Dieter Bröers auch, dass es jetzt an der Zeit ist, dass das auch, also die St. Andreas-Spalte, die jetzt wieder aktiviert wird und so, also das heißt, wir reden davon, dass dieser Fels, dieses Jahrtausende in Fels, in Schichten ab, abgelagertes Sediment, was versteinert ist, dass das jetzt, ja, durch Uranus gesprengt ist, durch Pluto, von unten durch Erdbeben und so weiter, hochgerüttelt, ich habe heute vom Pressluftkammer gesprochen, und das fühlt jeder Einzelne, hört die Stimmen, hört auch die Schmerztöne, also die Schreie, die Schreie, und die Urgenz. Ich denke, das ist etwas, das haben, ich will jetzt nicht davon anfangen, aber das haben halt meine Kollegen nicht kapiert, dass es hier um eine geistige Urgenz geht, um eine Dringlichkeit. Ja, eine Dringlichkeit, ja. Ja, es geht nicht um Blöde, also, weißt du, die Ego, Psycho-Ego, das geht mir alles sonst wo vorbei, das finde ich alles irgendwie nicht einmal die Spucke wert, weil ehrlich gesagt, mir ist das völlig wurscht, weißt du, jeder kann über mich sagen, was er will, aber es ging um eine ganz andere Ebene, die nicht erkannt wurde. Es geht doch darum, dass, egal ob man das jetzt in Worte fassen kann, oder nicht, jeder spürt doch in sich eine gewisse Unruhe, die dann doch irgendwo, und wenn es noch unbewusst ist, bei manchen, eine Veränderung sich herbeisehnen lässt. Und wenn das dieses Gefühl ist, dass man diese, also wie du es bildlich, metaphorisch meinst, mit diesen Stimmen, diesen Schmerz, und diese Schmerzstimmen hören, dann ist das der Punkt. Und man kann das ja wirklich auf jeder Ebene beobachten, das geht ja schon einige Jahre so, wie viele warten immer auf den großen Knall, wenn es heißt Apokalypse. Ja, was ist denn Apokalypse? Viele verbinden sofort wegen der Filme den Weltuntergang in Form eines Meteoriten, aber Apokalypse ist ja nichts weiter als die Offenbarung. Und es offenbart sich alles, Ebene für Ebene. Also stehen wir gerade an diesem Häuschen, was zusammengefallen ist und versuchen, die Schichten des Hauses wegzutragen, um die Verschütteten zu finden. Auch das gehört zur Offenbarung dazu. Und da gehört natürlich auch das Wiederfinden der Weiblichkeit dazu. Nicht nur für die Frauen, sondern auch in den Männern. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Es ist tatsächlich etwas, ja, es ist etwas Archetypisches, was jetzt hier freigesetzt wird. Kollektiv, individuell. Und wenn ich jetzt vom Schmerzkörper rede, der Schmerzkörper, von dem ja auch Eckart Tolle redet, dann rede ich nicht von diesen persönlichen, unsere paar mickrigen Jahre. Weißt du, ich meine, ich habe alles erlebt, ja, von Missbrauch, von Geschlagenwerden, von Vergewaltigung. Es gibt nichts, also oder fast nichts, natürlich kann man das nie sagen, weil es gibt schon viel, was ich nicht erlebt habe. Aber ich habe schon so ziemlich eine breite Bandbreite erlebt. Aber letztendlich, ja, da, wo ich jetzt stehe, mit meinen 60 Jahren, muss ich sagen, ja, okay, so what? Es ist alles okay. Okay, aber wir reden hier von etwas, das ist ein Schmerzkörper, der ist, ja, jetzt reden wir wirklich von Jahrtausenden. Der ist beim Mann genauso wie bei der Frau. Das ist ja das Wichtige. Genau. Es ist ja nicht nur, dass die Frau unterdrückt wurde. Der Mann wurde ja auch dazu geformt, dass er die Frau zu unterdrücken hat. Ja, und der Mann unterdrückt dadurch natürlich in sich auch etwas. Das ist ja das Wichtige. Wie oft heißt es, sei nicht so ein Mädchen, hör auf zu weinen. Also immer dieses, du darfst keine Gefühle zeigen, das macht dich schwach. Das ist ja vieles, was auch die Weiblichkeit mit ausmacht, diese Emotionalität. Und das verwechseln viele mit Schwäche. Also man redet vom schwachen Geschlecht, ob ich will meinen Mann sehen, wie er entbindet. Entschuldigung. Ich glaube, das hat sich die Matrix ausgedacht mit dem schwachen Geschlecht, damit sie nicht zu Angst haben müssen. Genau. Hat jemand was geschickt, Cassie? Und das fällt mir jetzt gerade ein, das passt vielleicht jetzt ganz gut. Es ging darum, um diese Matrix. Ich hatte das ja als diesen Donut gezeigt. Der Donut ist von Uwe Albrecht, von Innerweiß. Aber von mir ist der Schokoteig. Gut, also jetzt haben wir eine Verbindung zwischen Donut und Schokoteig. Und die hat mir geschrieben, wie chancenlos die Seele innerhalb der Matrix ist. Und dann hat sie mir, in Bezug auf die Wörter, weil es ging ja beim Hartmut darum, dass wir gesagt haben, kleines Ding, ganz groß, das Wort. Und am Anfang war das Wort. So, und da hat sie mit mir ein Wortspiel, hat sie mir geschickt, nämlich auf der einen Seite Komfort zusammengesetzt geschrieben, ja, Komfort, Komfort. Ja. Du kannst es ja vielleicht, nee, du musst jetzt nichts mehr einblenden, aber du hast ja deine Eule, genau. Komfort zusammengesetzt bedeutet Stillstand, also Stillstand im Schokoteig, im Schokoteig verharren. Komfort getrennt heißt Bewegung, Aufruf. Ist das nicht genial? In einem Wort steckt beides drin. Ich fand das so gut. Ja, und da steckt noch so viel Tieferes drin. Wenn man vom Altfranzösischen ausgeht, wird Komfort von komfortabel, tröstlich oder hilfreich abgeleitet. Stimmt. Ja, du hast recht. Die Komfortzone ist etwas anderes, als ob wir, ja gut, wir haben es komfortabel, ja. Aber weißt du, Cassie, das ist der Punkt. Du fühlst dich so lange dort wohl, wie es neun Monate Schwangerschaft, du fühlst dich wohl im Uterus, ja. Da fühlst du dich wohl, in der Klazenta. Nach neun Monaten ist die Komfortzone keine Komfortzone mehr. Du fühlst dich ungemütlich. Du musst auch Komfort. Ja, richtig. Genau. Und wir sind auch bei Komfortare aus dem Lateinischen. Fortis für stark, kräftig, fest. Oh, cool. Und wo ist Kom dann, deiner Meinung nach? Kom? Also wenn man jetzt nach Mario Prass geht, ist das N wie M. Ja. Ah, mit Stärke. Mit Stärke, weil wenn du durch den Geburtskanal gehst, brauchst du Stärke. Sonst kommst du da nicht durch. Also dieses Wegkommen, Komfort, braucht den Löwenmut und die Löwenstärke. Richtig? Richtig. Ja, stark, Stärke, Kraft oder Festigkeit. Also fest entschlossen vielleicht auch. Wahnsinn, Cassie, das ist toll. Das Vor, ja. Das Vor ist ja die Festung. Also etwas, was eine Befestigung ist. Und da sind wir doch genau wieder beim Punkt mit dem Felsen und so weiter, ja. Solange es gibt auch der Saturn, der Rudolf Steiner, ja, in diesem genialen Buch hier, ja, Märtyrer im Geist. Ich lese immer noch dran. Ich bin fast zu Ende. Da spricht er davon, dass es an, und das war 100 Jahre vorher, dass es an der Zeit... Darf ich das danach haben? Ja, das ist bitte. Er spricht davon, dass es an der Zeit ist, den Saturn, ja, das Verknöcherte, das Versteinigte, ja, dass das jetzt gehen soll. Ich meine, das sind schon 100 Jahre her, seit Steiner das gesagt hat. Wie lange ist ein Rudolf Steiner? Ich glaube schon, ne? Also das heißt, es ist jetzt an der Zeit, dass diese Festung, ja, diese Fortresse, diese Form, die Befestigung, die hat Schutz gegeben. Eine Zeit lang kann in der Befestigung kann etwas wachsen, etwas heranwachsen, auch die Frucht des Leibes, wächst da heran in dieser... Und die Eierschale? Oh, sehr gut. Die Eierschale, genau. Und wenn es an der Zeit ist, dann wird die Festung gesprengt, von innen heraus, genau. Eierschale, wenn das Kuhn das pickt. Ja, sehr gut. Jetzt bin ich aber auch gerade wieder bei dem Bild, dass wir über dem zusammengefallenen Haus stehen und die Oberfläche abtragen. Der Turm, der Karo hatte der Turmcase. Das machen wir ja auch nur, weil wir von unten die Stimmen hören. Sonst hätten wir ja keinen Anlass zu suchen. Das sind auch diese ganzen Märchen und Mythen, wo du in den Keller gehst. Also ob Blaubarzt, achte Frau oder ich weiß nicht was. Also wo irgendwelche Stimmen kommen und du gehst in den Keller und du schaust, wer ist hier unerlöst. Es geht um das Unerlöste. Richtig. Boah. Boah, 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 boah. Jetzt sind wir ganz schön abgedriftet. Nein, ich finde nicht, dass wir abgedriftet sind. Oder tiefer rein. Das ist ja das Faszinierende. Es hat sich in eine völlig andere Richtung entwickelt, als ich erwartet hätte. Aber deswegen war ich auch so gespannt auf unsere Unterhaltung. Was hast du erwartet? Oder wo möchtest du hin? Nein, ich möchte dahin, wo es uns hintreibt. Ja. 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 Es geht tatsächlich sehr, sehr tief. Viele haben gesagt, dass das Thema sie betrifft. Auf die eine oder andere Art. Wir haben dieses Thema von der weggesperrten Weiblichkeit oder so, das haben wir zum Beispiel auch bei, ich habe es schon heute gesagt, Effi Priest oder Nora im Puppenhaus oder so. Das sind viele im 19. Jahrhundert, viele Geschichten, wo die Frau versucht, sich zu befreien aus einer versteinigten Ehe oder so. Gut, Anna Karenina ist auch nicht viel anders. Und wie sie dann wirklich, der ganze Rest ist miteinander verbunden. Die Matrix ist sich einig. Und du hast dann die geballte Matrix gegen dich. Das geballte System gegen dich. Und das ist ein patriarchalisches System, auch wenn die Frauen Teil, die meisten Frauen sind Teil dieses patriarchalischen Systems und arbeiten mit der Matrix. Und zu glauben, dass das in der alternativen Szene anders wäre, ist unglaublich naiv, weil es zeigt sich, es sind genau dieselben Mechanismen. Du bist als Frau nämlich da immer alleine. Du bist mal auf dich gestellt. Die anderen sind alle miteinander verbunden und sind sich alle einig. Wir wollen das System hier aufrechterhalten. Wir wollen den Schokoteig. Um jeden Preis muss der aufrecht bleiben. Der darf nicht geopfert werden. Und dann sind alle Methoden, wir könnten auf diese Methoden auch eingehen. Aber bevor ich das tue, Cassie, möchtest du dazu jetzt etwas sagen? Weil ich habe jetzt schon wieder eine Weile geredet. Naja, also, dass es Frauen gibt, die auch in dieser Matrix selber mit drin sind, das ist unbestritten, auch in der alternativen Welt, sage ich mal. Es gibt überall solche und solche. Das kann man nicht verallgemeinern. Was du gesagt hast, das sehe ich genauso. Aber völlig wertungsfrei. Weil wir wurden ja dazu gemacht und wir sind ja auch in diese Matrix hineingeboren. Also mit dem Körper zumindest. Diese Indoktrination, diese Erziehung, die haben wir ja alle so erlebt. Und wir bekommen jetzt eben nur auf einer Gefühlsebene mit. Irgendwas stimmt da nicht. Und wenn man mal von diesen damaligen Anstalten ausgeht, die, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ging im 17. Jahrhundert schon los, es gab ja direkte Erziehungsanstalten für Jungen, die von Philanthropen oder Ähnlichem eingerichtet worden sind, nur um denen dann einzutrichtern, dass das Wertgefühl, das Selbstbewusstsein sich irgendwo an materialistischen Dingen festhalten muss. Ja, um irgendwie die Motivation zu geben, dass die Leistungen bringen. Und da gehört das so im Zuge der Industrialisierung, dass immer mehr auf das Geld und Finanz und du musst Geld nach Hause bringen, um Heimchen am Herd zu versorgen. Und so sind dann die Rollengeschlechter immer mehr aufgespalten worden. Und ja, heute sind wir da, wo wir sind. Viele Frauen haben sich auch im Arbeitsleben versucht, einen gewissen Status zu erkämpfen oder zu erarbeiten. Aber trotzdem messen sie sich an Männern. Ja, sie mussten dabei männlicher als die Männer werden, damit sie dort bestehen können bei den meisten Berufen. Nicht alle, aber bei den meisten. Nicht alle, aber ich sage mal, bei Frauen untypischen Berufen, sagen wir es mal so. Also Krankenschwester oder Erzieher oder Ähnliches. Oder mit Kinder arbeiten, aber da verdienst du dann. Da verdienst du nichts. Da opferst du dich auf Dienst und verdienst kaum etwas. Das ist ja, genau, das ist die Absolutität. Richtig. Deswegen, ja, genau. Cassie, du hast jetzt vom 17. Jahrhundert gesprochen. Was mir auffällt ist, und ich glaube, der Falko hat da auch was drüber gemacht. Wahrscheinlich warst du da mit im Bunde. Ich weiß es nicht. Aber wir wissen ja, dass es in Wien, ja logisch, Freude und so weiter. Und da gab es ja auch das erste Ehrenhaus oder Nervenheilanstalt, oder wie du das bezeichnen willst, Wagner-Jaurück, wo übrigens sehr viel Euthanasie auch betrieben wurde. Das ist ein ganz dunkler Ort. Also der wurde erst vor kurzem irgendwie ein bisschen beleuchtet. Und das war das erste, die erste Nervenheilanstalt war in Wien. Wir hatten allerdings auch in Paris, in Frankreich, Mesmer und so weiter, der vor allem mit Frauen gearbeitet hat, die sogenannten hysterischen Frauen. Er hat dann an ihrem Uterus gearbeitet, also was weiß ich, dahin gegriffen und so. Und dann gab es in Amerika, gab es auch einen, der hat, also in Amerika war das dann ganz groß, und diese hysterische Frau, weißt du, und das hat man auch pathologisiert. Und das ist, wenn wir uns die Strategien anschauen, was hier gegen die Weiblichkeit alles gemacht wurde, aber jeder, der aus dem System ausgeschert ist, hat riskiert, in der Psychiatrie zu landen, im Gefängnis logischerweise, in irgendwelchen Erziehungsanstalten, die du ja jetzt auch schon erwähnt hast. Das sind die Mechanismen des 19. Jahrhunderts. Und was mir auffällt, ist, wir haben zwei gegenteilige Entwicklungen. Auf der einen Seite die Industrialisierung, wo du auch darüber gesprochen hast, wo diese Anstalten, auch die Erziehungsanstalten, und im Grunde genommen ist jede Schule und die Erziehungsanstalten auch Erziehungsanstalten. Also da ist es auf dem Weg. Genau, das meinte ich vorhin auch, ehrlich gesagt. Genau, und zum Beispiel im türkisch-arabischen Raum, zum Beispiel im Mittelmeer, aber vor allem im türkisch-arabischen Raum, denke ich, da ist das was anderes. Da geht es den Traditionellen, meistens über die Religion, dass dort die Frau überhaupt keine Chance hat. Also auf der einen Seite ist es ein bisschen mit, wie soll ich sagen, mit feiner Klinge. So von wegen, oh, Herr Doktor, meine Frau ist krank. Sie müssen sie in die Psychiatrie einliefern. Sie ist ja Narzisstin oder Psychokratin. Entschuldigung. Genau, das meinte ich vorhin auch mit dieser Erziehungsanstalt. Also ich gehe da, weil ich bin ja hier meistens, ich sage mal, in meiner Heimatregion unterwegs. Und daher weiß ich eben auch, dass in der Nähe von Gotha 1784 so eine Schule, so eine Erziehungsanstalt gegründet wurde. Und der Gründer, das war ein Herr Christian Gotthilf-Salzmann, wollte sich bemühen, Zitat, die Begierde, ein Eigentum zu erwerben, zu erregen. Also er wollte bei seinen Schülern die Begierde erregen, dass sie Eigentum erwerben wollen. Ja, diesen Konkurrenzkampf erwecken und höher und schneller und weiter und immer der Beste sein. Und dann sind Kaufleute, Fabrikbesitzer, Beamte und Minister draus geworden. Ja, also so ungefähr. Und in diesem Zuge wurde natürlich die Rolle der Frau immer mehr ins eigene Heimchen am Herd zurückgestellt. Und ja, so wurden ja dann auch die Jungs oder später auch Männer eben dazu, ja, selbst geprägt, die Frau als, ich sage mal, höchstens vielleicht zum Ausgehen schick machen, dass man sie herzeigen kann als Statussymbol, als Dekoration, wenn du so willst. Und ja, aber das hat ja mit dem Ursprünglichen nicht mehr zu tun. Das ist dann diese Unterdrückung, dieses von oben herab. Das hat dann nichts mehr mit gegenseitigem Ausgleich zu tun, wie es ursprünglich mal war. Das ist spannend, was du da erzählst, von dem, dass sozusagen diese Begierde erst in die hineinfropfen, hineinpflanzen muss. MK-Ultra. Weil das zeigt ja wieder, dass das nicht Teil des Menschlichen ist. Diese Gier und dieses, man muss unbedingt alles haben und dem anderen alles neiden und wegnehmen und den anderen besitzen und überwältigen. Das ist alles diese Struktur, von der wir gerade gesprochen haben. Ich bin jetzt ganz vorsichtig, dass ich das noch psychopathische Struktur nenne, weil ich glaube, mir kommt schon das Kotzen mittlerweile bei dem Begriff. Aber nennen wir es seelenlos. Nennen wir es, ich vermute, es ist tatsächlich eine andere Spezies, die seelenlos ist. Davon gehe ich jetzt einfach aus. Weil in den Menschen kriegst du das nicht so einfach rein. Du musstest den Menschen, ja, du musstest ihn genmanipulieren, umerziehen etc. Du musstest ganz viel machen, wie wir auch wissen bei Kriegen, dass man den jungen Männern auch Drogen immer gegeben hat, damit sie das auch... Richtig. Haben wir da nicht letztes Mal schon drüber gesprochen oder war das mit wem anderen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war jemand anders. Aber das stimmt, ja, also gerade auch die Militarisierung, Wehrhaftigkeit sein, anerzogene Disziplin, Gewalt, Zwang, Willensbrechung, absolute Kontrolle. Ja, das hat sich dann eben, dadurch, dass sich der Mann immer mehr durchsetzen musste, dann auch irgendwann auf zu Hause übertragen. Ja, und ich glaube, es hat sich nicht der Mann durchgesetzt. Weißt du, das ist es eben. Weil das Männliche wurde ihm ausgebläut, sage ich jetzt mal, auserzogen. Es wurde ja auch umgeknetet. Genau, weil ein Mann hat Ehrgefühl und will die Frau beschützen. Er will auch seine Kinder beschützen. Und wovon wir aber reden, also auch in dieser wirklich völlig verdrehten, dämonisierten Welt, sagen wir jetzt mal, da ist es ja, dass die Kinder das Hauptmittel sind, dass man die Frau, dass die gescheit tut. Weil wenn man ihr sagt, wenn du nicht gescheit tust, dann nehme ich dir deine Kinder weg. Und das haben wir schon lange, das Thema. Das hatten wir auch schon. Du redest vom 17., 18., 19. Jahrhundert, 20. Und wir haben es heute. Genau, heute ist es oft das Jugendamt, was sie dir wegnimmt. Also auch ein Teil des Systems. Und damit tut dann alle, jede Frau logischerweise gibt dann klein bei, verbiegt sich. Und dann hast du wieder ein Stück weit da unten eine Stimme, die wieder verhallt, verhallt und unten eingesperrt ist und da unten ein Eigenleben entwickelt, was immer mehr rumort, rumort und brodelt, bis dann Torshammer zuschlägt. Und dann ist dem nicht mehr, dann kannst du das nicht mehr halten. Und das ist dann das, was wir plutonische Kraft nennen oder im Indischen heißt es ja Shiva, die Zerstörer. Und das macht den Männern Angst. Das ist eine weibliche Macht, die macht den Männern Angst. Sehr, sehr. Ja, vielleicht noch bedingt durch die ursprüngliche Erinnerung, die vielleicht doch noch in den Genen vorhanden ist, man sie aber nicht definieren oder besprechen kann. Weißt du, das macht ihn vor allem deswegen Angst, weil wenn der Mann kein Mann ist, kann er das nicht ab. Ein Mann, der Mann ist, kann das ab. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja. Wenn die Anerkennung und die Wertschätzung auch seitens des Mannes und die Akzeptanz da ist und das Bewusstsein darüber, wie wichtig und wertvoll das Weibliche ist, dann, ja, dann ist alles gut. Genau, und heute ist die Frau zum Freiwild geworden, sie ist zum Abschuss freigegeben. Außer du bist keine Frau mehr, wenn du getarnt bist und dich hier zum besseren Mann entwickelst, dann bist du hier sicher. Sehen wir ja auch bei ganz vielen, die haben ihre Frau genauso, ihre Weiblichkeit genauso weg und ihre Seele auch genauso weggesperrt. Die leben da hier nur noch irgendein Matrix, eine komische, eine graue Neutralität, das ist ja bezeichnet, wo wir jetzt gelandet sind. Ja, ja, so emotionslos, so einfach alles hinnehmen und robotermäßig funktionieren. Ja, genau. Und ich meine, wenn wir uns die Methoden anschauen, wir haben die Psychiatrie genannt und so weiter, dann die Ausgrenzung, wenn die eigene Familie dann gegen einen arbeitet, weil der Mann sich einfach präsentieren kann und sich im, er weiß sich im, im Connect, im, er weiß sich mit den anderen, sie hauen sich alle auf der Backel. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts, der Richter, der Arzt, der Leiter der Psychiatrie, et cetera, et cetera, und die ganzen Familien. Es geht die eigene Familie teilweise auch. Ich hatte das erzählt von dieser Astro-Beratung, wo die mir erzählt hat, die eigene Familie hat sich gegen sie gewandt. Also, die Ausgrenzung. Und da wären wir, weißt du, wo wir da sind jetzt? Bei der Lilith, was meinst du, wollen wir zu Lilith gehen? Das passt gut, ja. Bitte schön. Die Lilith. Ja, du unbedingt. Wieso denn ich? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, genau. Schön. Also, sofern ich informiert bin, heißt es wohl, dass Lilith die ursprünglich erste Frau von Adam war. Und sie wurde wohl auch nicht, so wie Eva später, aus der Rippe von Adam, sondern sie kam irgendwie aus Erdensand. Also, es gibt ja auch, ich glaube, in Genesis heißt es ja auch, dass Gott den Menschen erschuf, nach seinem Ebenbild, aus Erd oder Sand oder ähnliches. Lehm, genau, Lehm. Oder Lehm, ja. Weißt du, dass das dann gekapert wurde und umgedreht wurde bei Herr der Ringe? Da sind ja auch diese Orks, oder wie heißen die? Ah ja, ja. Die werden doch auch aus Lehm da unten. Ja, wenn man Gott spielt halt, ne? Genau, genau. So wie Cern, wo ich auch das Gefühl habe, das hat mit Ceres. Da ist die Ceres verzehrt zu Cern. Cernunos. Ja. Wo waren wir gerade? Ach ja, bei der Linie. Bei der Linie. Bei der Linie waren wir. Ja, und dass sie geformt wurde aus Lehm, das hast du gerade erzählt. Genau. Und, ja, wie kam denn das dazu? Sie hat sich mit Adam gestritten, wollte sich ihm nicht unterwerfen. Genau, sie wollte oben sein beim, 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 sie wollte oben sein, genau. ja, und das war, bei dem guten Herrn, ja, da gibt es auch andere Auslegungen, ne? Aber das, dass sie oben sein wollte, das habe ich auch gehört. Ja. Hm. Rumbi Num, äh, Gott hat sie bestraft und davon gejagt. Und, Adam oder Gott? War es Adam? Ja, Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Moment, nein, nein, Gott, Gott kopuliert nicht. Es war Adam, der sie, es war Adam, der sie, statt der Eva, ne? Es war ja die erste Frau Adams. Und das heißt, er hat sie verjagt. Er wollte dann die reine, jungfräuliche Eva stattdessen. Und die Lilith, das ist interessant, da vermischen sich dann die Lilith und die, äh, Maria Magdalena. Also, von der Magdalena gibt es auch mehrere. Also, überhaupt mit den Marias, das ist ganz, äh, in der Bibel, das ist sehr, sehr verwirrend, weil da gibt es so viele Marias. Äh, genauso wie Anna, gell? Anna Selbtritt und ich weiß nicht mehr. Und der Maria Magdalena, die Magdalena, ich glaube, sie hieß nur Magdalena, nicht Maria Magdalena, soweit ich weiß, äh, die wurde ja auch in die Wüste verbannt und hat da wild gelebt. Und das ist, äh, von der Lilith sagt man auch, Dass sie dann in die Wüste geschickt wurde. Sie wurde in die Verbannung geschickt. Und natürlich, äh, ist jetzt hier, das ist jetzt die Schatten, äh, Göttin, Also, die Rache-Göttin natürlich auch. Wir haben sie auch bei Königin der Nacht, äh, Der Hölle-Rache, der kocht in meinem Herzen. Siehst du, und in der Geschichte, die mir bekannt war, hat Gott tatsächlich, äh, dazwischen gefunkt. Ah. Das ist immer wieder bei unterschiedlichen Auslegungen der Geschichte. Was hat er gemacht? Adam und Lilith haben sich gestritten, äh, Lilith ist geflohen, also sie ist von sich ausgegangen, Adam ging zu Gott, erzählte ihm alles, obwohl hier steht wahrscheinlich nur die Hälfte, nämlich seine Version des Streites. Und Gott schickt Engel hinter Lilith her, um sie zurückzuholen. Lilith aber will nicht zurück. Und so sei sie, so die alte Erzählung, verflucht worden als Nacht und Windgeist irre sie umher, ihre Kinder würden sterben und Lilith würde sich deshalb rächen und neugeborene Kinder töten, womit man später dann auch den plötzlichen Kindstod. Mhm. Genau. Genau. Übrigens, ich muss lachen, weil da ist ja eine Parallele, irgendwie diese Frage, ist sie von selbst gegangen oder musste sie gehen? Oder war es ihre Würde und ihr Stolz oder ihre Wahrhaftigkeit, ihre Gradlinigkeit, die ihr nicht erlaubt hat, sich zu beugen, äh, weil es nicht richtig war? Wie auch immer. Wie auch immer, das können wir nicht mehr rekonstruieren. Aber du sagst es und jetzt ist ja die Frage, ist das dann, dass das Narrativ, das später dann die Kirche ihr angedichtet hat, dass sie quasi kommt und die kleinen Kinder alle umbringt, weil das hat man ja immer, ob man das mit den, keine Ahnung, mit den Juden und mit wem hat man es nicht alles gemacht, dass man irgendwie sagt, die bringen die kleinen, die Syrer haben die Brutkasten, Lüge und was weiß ich, also das ist schon ein altes Ding, weil natürlich da jeder dann sagt, naja, und das wird ja heute auch wieder bedient, ich habe es am eigenen Leib erlebt, erlebt, dass wenn dein Läumund erst einmal, wenn dir erst einmal etwas Unmenschliches nachgesagt wird, dann bist du freiwillig, dann bist du zum Abschluss freigegeben und dann kann jeder auf dich drauf und kann dich bewerfen und das Übelste über dich sagen, da hast du deinen Schutz verloren. Das finde ich auch spannend. Also die Lilith ist dann in den Hades, ja, die ist so gesehen auch in den Hades hinunter, die ist in den Schatten, in den Untergrund, in den Schatten, in die Dunkelheit. Genau. Genau. Da haben wir also einen Fürsten der Dunkelheit, den Pluto, den Hades und da haben wir eine Göttin der Dunkelheit, da gibt es übrigens auch mehr, also Inanna ist ja auch so etwas, Isis ist auch, ich meine, ich bin da kein Experte drinnen, also überhaupt nicht, aber sie ähneln einander, ne, sie ähneln. Jetzt muss ich mal, es kommt mir gerade, weil du Isis erwähnst, hatte das nicht was mit der Dreifaltigkeitsgöttin zu tun? Also Isis hat, es ist im Grunde genommen ähnlich, also Isis ist der ägyptische oder persische Mythos, wo sie auf die Suche geht von Osiris, weil der Osiris wird ja in drei, der Phallus wird abgeschnitten, also und dann wird er in Teile und sie geht dann auf die Suche, also im Grunde genommen ist es, ich denke, was das Spannende ist, das Gemeinsame ist, dass es das Weibliche ist, was hier den Rückweg sich bahnt, also oder sich auf die Suche begibt. Bei Inanna zum Beispiel hast du die Schwester, die dann hinunter geht, um sie zu erlösen. Also es ist das Weibliche, das habe ich in meinem heutigen Blick auch gesagt, dass ich denke, dass es das Weibliche ist, was die Heilung bringt. Also die Isis ist eindeutig die, die dann das Ganze wieder zusammenstückelt, ich sage es jetzt mal ein bisschen, es ist jetzt ja brachial, aber mir fällt jetzt im Moment nichts anderes ein, die die einzelnen Stücke zusammen sammelt, wobei mir da wieder die Wolfsfrau einfällt. Wer Wolfsfrau, die Wolfsfrau jemals gelesen hat, Oh, das Buch steht bei mir, ich kam noch nicht dazu zu lesen, aber ich habe es schon mal. Das ist grandios und da ist diese Skelettfrau, das Skelett, also die Teile von dem Skelett liegen irgendwie, ich habe es jetzt lange her, dass ich es gelesen habe, aber irgendwie liegen die am Strand und dann kommt die alte Frau und tut die ganzen Teile wieder zusammen, auf dass sie wieder lebendig wird. Das ist eine ähnliche Geschichte wie das mit Isis und jetzt bitte verzeiht daraus, ich weiß, es wird sicherlich viele, viele Experten und Expertinnen geben in Bezug auf Lilith und Isis und Wolfsfrau und ich weiß nicht was und das ist ja, ich bin eher ein Generalist, ich bin kein Spezialist, das heißt also, ich mache mich breitschlau, ich weiß von allem ein bisschen, ich weiß ja nie in der Sendung, was zur Sprache dann kommt, also ich bin nicht jemand, der sich stundenlang vorbereitet, sondern der Rest ist dann assoziativ. Genau, genau und so bin ich auch. Ich bin auch nicht in jedem Thema so tief drin, aber es ist einfach für mich faszinierend, wie viele Parallelen überall aufgedeckt werden und gerade im Austausch, im Dialog, da auch noch mehr Verbindungen zusammengeknüpft werden und ja, diese Aha-Momente, die sind für mich immer das Wichtigste. Das ist wirklich faszinierend, ja. Es geht mir ähnlich, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, wir haben hier ganz neue Bereiche aufgestoßen, ganz neue Türe und man kann durch jede Tür dann durchgehen und sich da dann näher damit beschäftigen. Es soll ja auch immer nur Anregung sein, genauso war das ja auch letztes Mal mit den Kuloginnen, sofort kam irgendwie, oh, ich musste abdrehen, weil ich mache das beruflich und das kann ich nicht. Also ja, mein Gott, nicht jeder geht. Dann war die Sendung aber auch nicht für denjenigen gedacht. Genau, genau, ja. Also das, genau, du sagst, es ist wirklich zu viel verlangt, ne? Ja, ja. Und vor allem, wir haben ja auch immer nur eine begrenzte Zeit und ja, wie du es schon so schön sagst, die Türen aufmachen, mal einen kurzen Blick hineinwerfen, vielleicht auch für anderen die Türen öffnen und wenn da ein Thema näher interessiert, kann man ja auch ohne uns in diese Türen tiefer reingehen. Und wie weit wir da in den Sendungen kommen, in jeden Raum, den wir da aufmachen, weiter rein zu blicken oder vielleicht ein paar Schritte rein zu gehen, das wird sich zeigen. Deswegen sage ich immer lieber fließen oder treiben lassen. Absolut. Und die Schichten, was mir auffällt ist, es ist in Schichten, dass das Ganze zugeschüttet wurde und es wird die Bergung, da bin ich bei deinem Bild mit dem eingestürzten Haus, eingestürztes, bei Erdbeben, die eingestürzten Häuser, es ist in Schichten, ist es zugeschüttet worden und es ist in Schichten, dass wir es wieder abtragen. Das entspricht auch ein bisschen meinem Bild von der, wenn du dich erinnerst, von der Spirale. Ja. Dass ich gesagt habe, man muss sich wieder rausdrehen und dabei passiert man genau dieselben Themen, nur diesmal bewusst. Und da fällt mir zum Beispiel das mit der Psyche ein. Also die ursprüngliche Psyche, aber wir verwenden ja Psyche heute nur noch in Richtung Psychologie. Psyche. Weil die Psyche wäre ja eigentlich etwas ganz Hauchzartes, etwas sehr Lebendiges. Und wir missbrauchen, also die Psychologie wurde dazu erfunden, sage ich jetzt mal, um ein weiteres dämonisches, satanisches Werkzeug in der Hand zu haben, womit man dann auf der psychischen Ebene die Menschen und auch vor allem die Frauen natürlich oder die beseelten Menschen, die verletzbar sind, die mit sich in Verbindung sind, dass man die psychisch fertig machen kann. Und da haben wir dann dieses Ganze, du bist ja irre, du bist ja krank, du gehörst ja ins Irrenhaus oder du bist Psychopath oder Narzisst oder ich weiß nicht was. und natürlich auch dieses Gaslighting. Da gibt es ja auch spannende Filme über Gaslighting. Weißt du noch? Hilf mir mal kurz. Ingrid Bergmann und Gary Grant, glaube ich, war das? Glaube ich. Ja, ja, Gary Grant. Heißt der Film nicht sogar Gaslighting? Ich habe den Begriff Gaslighting schon mal gehört, aber ich komme gerade nicht auf den Zusammenhang. Gaslighting ist, wenn dir eingeredet wird, und das merke ich bei ganz vielen Frauen, mit denen ich entweder Astroberatung mache oder die mir schreiben, auch in der letzten Astroberatung, die in einer Ehe sind und es wird ihnen immer verklickert, du bist nicht richtig so, wie du bist. In der Familie oder in der Ehe, in unserer Gesellschaft. Sie spüren, dass etwas nicht stimmt, ja, und sie sind unglücklich und wissen nicht, warum sie unglücklich sind, weil sie diese Stimmen hören, weil das da unten eingekerkert ist, ja, und alles ihnen sagt, geh und mach dich auf die Suche, finde den Schlüssel, geh zu Blaubarts Kammer, verborgene Kammer, wo die ganzen Leichen drin sind, ja, und von der Umgebung, von der Gesellschaft, von dem Donut, von der Matrix, ja, und von der eigenen Familie und so weiter, wird ihnen permanent eingeredet, du spinnst, ja, du hörst ja, dass sie aufwachsen, du hast sie doch nicht alle, sie ist ja verrückt. Ja, ich habe es ja auch gerade erlebt. Ja. Und dann wirst du ins, ja, weggesperrt, ne, da wären wir wieder, wären wir weggesperrt, ne. Brainwash, und du, und immer mit dem, und dann kommt die ESO-Szene, die finde ich die schlimmsten. Also diese pseudo-weichgespülten Frauen, die dann immer kommen mit, geh mal in dich, was hat das mit dir zu tun? Weißt du, du bist in deiner, in deiner ganzen Not, also nicht du, ich meine jetzt die Frau, die raus muss, ist in ihrer Seelenqualt, in ihrer Seelennot, in ihrem Seelenschmerz, und dann kommt irgend so ein Wichser, Entschuldigung, mir fällt kein anderer Begriff ein, und sagt, oh, schau mal, was hat das mit dir zu tun? Da könnte ich irgendwie, da könnte ich einen Kopf kriegen, einen dicken Hals. Kannst du das nachvollziehen? Natürlich, also gerade wenn ich merke, dass ich mich unwohl fühle, in meiner Situation, und dann komme ich, geh mal in dich, was macht das mit mir? Na ja, natürlich versuche ich dann in mich zu gehen, und zu, ja, was kann ich ändern? Man kann ja nicht die äußeren Umstände, ich habe es auch versucht, die äußeren Umstände zu ändern, und habe festgestellt, dass ich darauf keinen Einfluss habe, ich kann nur ändern, wie ich damit umgehe. Genau, und das andere braucht halt einfach Zeit, ich denke, das ist der Punkt, diese Schichten können immer nur abgetragen werden, zur rechten Zeit, also du siehst jetzt, die Zeit ist gekommen, es hat jetzt so eine Sprengkraft, das ist plutonische Sprengkraft, die wir jetzt hier erleben, und auch im Kleinen, also sogenannten Kleinen, es ist eigentlich nicht so klein, diese Woge, die jetzt durch mich, indirekt durch mich, also ausüben. Sie hat dich ja berührt, es ist ja nicht so, dass die Woge bei anderen Frauen nicht schon länger da war, und jetzt hat sie dich getroffen, und wir thematisieren das jetzt eben einfach mal im Allgemeinen. Also ich denke, ich habe sie wahrscheinlich schon losgetreten, im Sinne von, also unten drunter hat es, Ja, für dich. es hat unten drunter gebrodelt, andere würden wegschauen, oder würden sich für blöd verkaufen lassen, aber ich bin eine gestandene Frau von 61 Jahren, mir kann man nichts mehr erzählen, wenn da irgendwie so ein Jungspun kommt, entschuldigen, da muss ich schon sagen, sagen die Jungs, ein Jungspun kommt, irgendwie in seiner jungenhaften Unreife, und will mir erzählen, du hast ja eigentlich alle, dann muss ich sagen, okay, boing, aber danke fürs Mitspielen. Das ist immer wieder bei, der Ton macht die Musik, ja. Ja, also ich bin da sowieso radikal, weißt du, Kessi. Ja, das weiß ich. Bin ich doppelt so alt wie du? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, das kommt hin, oder? Nein, nein, ich kann dich beruhigen, bist du nicht. Du beunruhigst mich nicht, nein, aber ich meine, ich bin eine von diesen Wolfsfrauen, verstehst du? Das ist die Alte, das ist ja auch, die Alte in den Wolfsfrauen, die hat ja, der ist ja das völlig wurscht, was die anderen von ihr sagen, und wenn die ihr da, weil, weißt du, die ist nicht lieb und nett und weich und weiblich und rezeptiv und tut gescheit, na nix, das geht ja sowas von irgendwo vorbei, weil wenn diese, jetzt kann man sagen, es ist die Lilith, aber die Lilith ist noch so emotional, ich würde eher sogar sagen, es ist die Wolfsfrau, es ist dieses archetypisch weibliche und wenn das rauskommt, ja, das ist eine Donnerstimme, das hat nichts mehr mit der Piepsstimme zu tun, von wegen, hast du mich lieb? Bin ich eh nett und adrett? Hast du schon mal von der dreifachen Göttin gehört, von dem Prinzip der dreifachen Göttin gehört? Erzähl. Also ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass früher viel über Symbole, Bilder und Geschichten alles weitergegeben wurde, damit dieses, das intuitive und kreative Gehirn angesprochen wird und man sich so das Wissen leichter merken konnte und da sind wir bei den Jahreszeiten, den Zyklus, den Lebenszyklus der Frau und da kommt die dreifaltige Göttin ins Spiel, da gibt es die junge Frau, die erwachsene oder mütterliche Frau und die reife und weise Frau. Die letztere repräsentiert den Wechsel, sie trägt Teile von der jungen und der erwachsenen Frau in sich, die junge Frau nimmt sehr viel, also die junge Frau nimmt sehr viel, so muss man es betonen, die mütterliche gibt sehr viel und die reife Frau lebt im Einklang. Endlich gibt es mal Reibung. Genau, weil ich denke, die Frage ist, inwieweit ist das eine männliche Fantasie oder eine ESO-Fantasie, weil dieses, weißt du, dass immer alles im Einklang ist, immer alles in der Harmonie, dieser Anspruch auf Harmonie ist letztendlich ein Verweilen im Schokoteig, weil wir werden immer, wenn wir in den Übergängen sind, werden wir Konflikt und Reibung haben und es ist da manchmal auch, dass auf den Tisch gehauen wird, dass die Dinge benannt werden, das hat dann, das Wort Einklang ist ja auch, da ist ja nur Einklang, aber im Moment zum Beispiel, in der Krise, in dem Übergang, da hast du Zweiklänge, da hast du nicht Einklang, sonst würde es keine Reibung geben. Ich war sechs Jahre lang im Einklang. Ich habe gedacht, ich würde das nicht mehr erleben, weil das war damals, das ist jetzt genau, da war ich 55, als es zu diesem Bruch kam, wo das letzte Mal ein Zweiklang war, also eine Reibung, eine Auseinandersetzung und ich habe gedacht, das würde nicht mehr kommen. Ich war mit mir im Reinen, ich war mit meinem Leben im Reinen, natürlich gab es blöde Begebenheiten wie diese komische Anklage und so weiter, aber das ist halt irgendwie lästig, aber ich war mit mir immer, mit allem im Einklang und, ja gut, jetzt ist aber, jetzt ist die Frage, Cassie, weil die Frage ist, bin ich jetzt nicht mit mir im Einklang, mit mir bin ich im Einklang, ich bin nur nicht mit den anderen im Einklang. Naja, das ist jetzt eben der Punkt, meine Gute, wie man Einklang definiert. Sehr schön, genau. Und das immer wieder bei dem, was du mit Hartmut besprochen hast, was man mit einem Wort, wenn man es hört, assoziiert. Ich zum Beispiel denke bei Einklang nicht unbedingt an Harmonie oder an friedlich sein, sondern ich denke an das Zusammenklingen von zwei oder mehreren Tönen auf derselben Tonhöhe. Also das ist, der Ton macht ja die Musik, es kommt immer auf die Mischung an. Weißt du, was ich meine? Spannend auf jeden Fall. Ich überlege gerade. Und deswegen ja auch diese Reibung, deswegen finde ich es jetzt auch schön, dass wir uns mal, ich sage mal in Anführungsstrichen, uneinig sind, weil jetzt können wir in den Austausch gehen und sagen, guck mal, so passt es aber von der Mischung her trotzdem zusammen, weil nur, weil du das jetzt anders interpretierst als ich, streiten wir uns ja jetzt nicht deswegen. Nein, 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 die Frage ist ja auch, in Einklang mit wem und was. Also ich bin in Einklang mit mir, weil selbst wenn ich wütend bin. Mit welchen Tönen? Genau, auch wenn ich wütend bin, bin ich in Einklang mit mir. Ja, genau. Genau. Und ich meine, ansonsten habe ich eher das Bild vom Orchester. Also für mich können viele Töne existieren nebeneinander miteinander. Das klingt ja dann doch nach der reifen Frau, von der ich gerade gesprochen habe. Oh ja. Da bist du ja doch im Einklang. Das siehst du. Ist doch alles gut. Also ich sehe mich auf jeden Fall im Übergang von zwei zu drei. Also mit der Jungen habe ich nichts mehr im Hut. Also das ist lang weg, aber von zwei zu drei, ja, da sehe ich mich. Wahrscheinlich war das jetzt der Durchstoß. Das ist immer auch bei der Selbstreflexion. Also wenn du die Junge in dir nicht mehr siehst, ich sehe da schon noch was. Von der Junge in mir. Das ist lustig. Ja, ja. Ich meine, gutes Kind schon. Ja, 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 klar. Ich merke, wenn ich mich wohlfühle, dann werde ich sehr verspielt, kindlich. Du bist doch aber auch neugierig. Du bist ja auch, ich sage mal, gut, das Wort gierig ist für mich jetzt auch ein bisschen negativ anbehaftet, aber du strebst ja auch immer nach neuen Erkenntnissen. Und dieser Entdeckergeist. Das habe ich noch nie überlegt. Die Gier nach Neuem. Weil das bin ich nicht. Das ist so dieses Zwilling, immer die letzte Neuigkeit und was gibt es Neues und so. Das ist ja mit alternativen Szene war das lange. Was haben wir Neuigkeiten? Und brandneu. Wer ist der Erste, der es teilt? Ja, ja. Bei Neugier rede ich wirklich von interessiert an dem, was es zu entdecken gibt. Ja, gut, da sind wir wieder beim Kind oder bei der jungen Frau, die die Welt noch entdeckt. Was hältst du von Entdeckergeist? Ja, Entdeckergeist. Das habe ich vorhin schon gesagt. Wahrscheinlich ist es untergegangen. Genau. Gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Weil ja, Entdeckergeist, genau, etwas aufdecken, etwas Neues entdecken. Entdecken, man entdeckt etwas, sodass es nicht mehr gedeckt ist. Genau. Die Decke wegtun, da wären wir wieder am Anfang. Wir haben wieder eine Stunde Reise und ich habe alles, was ich notiert hatte, haben wir besprochen. Also für mich ist das sehr stimmig. Ich weiß jetzt nicht, ob du hier noch was einfließen lassen möchtest. Ansonsten würde für mich dieses Aufdecken, die Decke wegtun, dass es jetzt die Schichten abgetragen werden können, dass sie zutage kommen. Schicht für Schicht, damit wir nicht überfordert werden. Aber bei mir geht es natürlich nicht langsam. Bei mir ist das dann eine tektonische Explosion. So ist das halt. Und da kommen nicht alle mit. Gut, da kann ich ja nichts machen. So ist es halt. Herr Käsi, was möchtest du hier noch? Um vielleicht auch noch ein Werkzeug mit an die Hand zu geben, so als Idee, wie man da weiter entdecken kann, würde ich gerne, ich habe vorhin schon draus zitiert, aber ich denke, diese, ich sage mal, Kurzgeschichte, wie das endet, mit, ich sage mal, meiner Variation, die ich hier gefunden habe, von der Lilith, würde ich gerne zu Ende vorlesen. Gerne. Die Quelle ist auch interessant. Das ist nämlich aus einer Kirchenzeitung aus Österreich, die Juzese Linz. Und da wurde das so geschrieben. Ein einziges Mal wird Lilith in der Bibel erwähnt. Es heißt, im zerstörten Edom treffen sich Wüstenhunde und Hyänen, die Boxgeister begegnen einander. Auch Lilith, das Nachtgespenst, ruht sich aus und findet für sich eine Bleibe. Wer ist nun Lilith? Nach einer alten jüdischen Legende ist Lilith die erste Frau Adams gewesen. Lilith ist wie Adam aus Erde geschaffen und ihm ebenbürdig. Sie anerkennt Adam nicht als ihren Herrin oder Beherrscher und schon bald gibt es zwischen den beiden Streit. Da Adam nicht nachgibt und sich als Herr im Hause aufspielt, flieht Lilith. Adam geht zu Gott, das ist das, was ich vorhin vorgelesen habe, erzählt ihm alles, wahrscheinlich aber nur die Hälfte, nämlich seine Version des Streites und Gott schickt Engel hinter Lilith her, um sie zurückzuholen. Lilith aber will nicht zurück und so sei sie, so die alte Erzählung verflucht worden, als Nacht- und Windgeist irre sie umher. Ihre Kinder würden sterben und Lilith würde sich deshalb rechen und neugeborene Kinder töten und sie, eine Dämonin von großer Schönheit und langen blonden Haaren, würde schlafende Männer verführen. Die Geschichte der Lilith in dieser Form stammt aus der Zeit zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert nach Christus. Mit ihr versuchte man zu erklären, warum die Erschaffung der Menschen in der Genesis zweimal in verschiedener Form erzählt wird. Die Gestalt der Lilith ist allerdings sehr viel älter. Bereits 2000 vor Christus gibt es Darstellungen der geflügelten Lilith, da sind wir auch bei dem Bild, was du mir geschickt hast, einer sumerischen Göttin. Durch die Jahrhunderte hindurch, sowohl im jüdischen, im muslimischen als auch im christlichen Kulturkreis, gab es im Volksmund Erzählungen über einen weiblichen Dämon, der gebärdende Frauen beziehungsweise deren neugeborene Kinder bedrohe. Die Namen wechseln, immer aber ist sie eine für Frauen gefährliche Frau. Eine Geschichte aus der feministisch-theologischen Frauenbewegung erzählt es allerdings anders. Lilith war ja nicht zurückgekehrt und Gott hatte aus der Rippe Adams Eva erschaffen. Und Adam erzählt Eva Schauermärchen, wie gefährlich Lilith sei, verflucht, weil sie sich nicht unterordnen haben wollen. Eva bekommt Angst vor Lilith. Eines Tages aber treffen sie aufeinander. Eva erschrickt vor der gefährlichen Lilith. Lilith misstraut der braven Eva. Doch sie sind neugierig. Sie beginnen zu sprechen. Sie erzählen sich von den Licht- und Schattenseiten des Lebens. Und sie lernen einander zuzuhören. Eva und Lilith, so verschieden sie auch sind, werden Freundinnen. In welcher Version ist das? Kann ich dir gerne einen Link schicken? Ich meine jetzt, das, was du am Schluss, das ist eine Sage auch? Wie haben Sie es hier geschrieben? Es wird erzählt aus einer feministisch-theologischen Frauenbewegung. Ah, okay, okay. Wow. Cassie, das ist unglaublich. Bist du fertig oder wolltest du noch? Nein, das war's. Wow. Das ist echt, also wir haben ja hier die Struktur des Patriarchats schlechthin. Also die ursprüngliche Weiblichkeit in ihrem ganzen Selbstbewusstsein ist übrigens jetzt auch meine Geschichte. Ist ja eins zu eins meine Geschichte. Die wird vertrieben. Stattdessen wird jetzt eine nette, angepasste, dem Patriarchat, dem Matrix, dem Schokoteig oder wie auch immer genehme Eva hineingebracht. Also Entschuldigung, das klingt jetzt so, ich meine jetzt nicht tatsächlich, also ich bin jetzt schon noch bei der Lilith. Aber das ist ja genau das Patriarchat, was du da erzählst. Und das andere, dass das so alt ist, Isis, Inana, das ist alles sumerisch, das ist viel, viel älter als das Christentum. Also dass die Lilith älter ist als das Christentum, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und dann hast du erzählt vom Nachtgespenst, die Seelen, die herumirren. Also oder die Lilith irrt herum als Nachtgespenst. Das heißt, das erinnert mich an, ich hatte das, ich weiß gar nicht, mit meinem Blick oder irgendwo habe ich es erzählt von Herr der Ringe. Wo die Untoten ja auch herumirren. Die Seelen, oder wir haben es auch oft beim, gerade da die Blavatsky und wie sie heißt, was im 19. Jahrhundert so beliebt war, dieses Tischlrücken und so weiter. Die Seelen, die herumirren, weil sie ja kein Zuhause finden oder weil sie nicht erlöst sind. Und das sind wir wieder am Anfang von unserer Sendung. Dieses Nachtgespenst, das herumirrt. Unten, die Sirenen, die heulen. Richtig. Da haben wir doch einen guten Bogen geschlagen. Hammer. Geschlagen. Geschlagen. Kein schönes Wort. Naja, man schlägt natürlich auch im Wald, schlägt man auch einen Weg sich frei. Also von daher, und manchmal ist es ja auch eher sich einen Weg bahnen oder sich einen Weg sogar schlagen mit dem Säbel, im Dickicht, im Dschungel. Schön. Ich finde es eine wunderschöne Sendung. Es freut mich sehr, dass wir uns gefunden haben und das wird schon die zweite Sendung machen. Es freut mich unglaublich. Ich empfinde das als sehr, sehr bereichernd. ich habe auch viel dazu gelernt und ich hoffe, dass die, die uns dann lauschen, ich nenne es jetzt mal, ich will nicht mehr weder zuhören noch hinhören, sondern ich sage jetzt, die, die uns lauschen, die sollen sich dann daran laben und hoffen, die Seele soll sich daran laben und hoffentlich stoßen sie dadurch viele weitere Türen auf. So, Cassie, das Schlusswort von dir, meine Liebe. Ja, ich fand auch das Bild einfach schön, sich über die Licht und die Schattenseiten des Lebens auszutauschen und Freund zu werden, Freundinnen, Freund, wie auch immer. Also, doch in ein Stück gemeinsamen Weg gemeinsam gehen und einfach schauen, was es bringt. Also, ich finde es auch ganz, ganz toll, dass wir uns gefunden haben und ich freue mich auch, dass das so eine schöne Sendung geworden ist, tatsächlich. in diesem Sinne lieben Gruß an alle Lauscher. Genau, und auf das Mann und Frau sich dadurch ein Stück weit wieder näher kommen oder der Mann das Weib in ihm erlösen kann und das Weib den Mann in sich. So, wollen wir das mal so. Kannst du das so stehen lassen? Sodass man sich wieder gegenseitig ergänzt. Und in sich. Und in sich kompletiert. In sich selbst und auch ergänzt. Letztendlich geht es darum, dass jeder in sich komplett ist, kompletiert. damit er seine eigene Mann und Frau stehen kann. Und dann kann auch die Liebe im Austausch, denke ich, fließen. Ja, oder eben wie die Ergänzung, die du neulich mit Hartmut hattest. Das fand ich auch sehr schön. Schön. Wunderbar. Also dann, ich verabschiede mich und beende hiermit die Aufzeichnung und alles Liebe da draußen und auch alles Liebe dir. Einen schönen Abend noch, Cassi. Und tschüss. Tschüss.